Ich mache mir große Sorgen um unser Gemeinsam. Hallo, ich bin Katharina Witt und Sie kennen mich wohl eher mit Titun an den Füßen. Diese haben mir das Tor zur großen weiten Welt geöffnet. Genau dahin habe ich tief in meinem Herzen meine damalige Heimat, mein Zuhause und meine Familie mitgenommen. Persönlich hatte ich das große Glück, meine Träume als Eiskunstläuferin ausleben zu dürfen. 1989 habe ich die Veränderung gespürt, die in unserem Land vor sich ging und habe den Mut aller Menschen, die auf die Straße gingen, mit großer Hochachtung bewundert. Es hat mir gezeigt, dass Verzweiflung und der Wille auf Veränderung die Menschen zusammen für ihre Überzeugung kämpfen lässt. Diese Kraft dürfen wir nie unterschätzen. Die friedliche Revolution in der DDR führte zum Fall der Mauer, zur Wiedervereinigung und letztendlich zur Beendigung des Kalten Krieges zwischen Ost und West. Große Emotionen sind freigesetzt worden, die Hoffnung auf Freiheit, Wohlstand und ein besseres Leben versprachen. Aber auch nicht unberechtigte Ängste vor dem Unbekannten. Es gibt viele Gewinner, deren Träume sich erfüllten. Zu viele Verlierer leider auch. 33 Jahre später feiern wir den Tag der Deutschen Einheit. Mit Recht können wir stolz auf uns schauen, was seit der Wiedervereinigung alles gemeinsam geschafft wurde. Aber genau dieses Gemeinsam macht mir gerade große Sorgen. Denn heute werden wiederholt ganze Lebenswerke vernichtet. Unser Morgen könnte kälter werden als jemals zuvor. Nach all den Herausforderungen der letzten Jahre und den Unsicherheiten der Gegenwart wird glücklicherweise meine persönliche Zuversicht und Hoffnung immer wieder bestärkt. Ich begegne wundervollen Menschen, denen die Werte Verlässlichkeit, Fleiß, Ehrlichkeit, Toleranz und Solidarität noch lange nicht abhandengekommen sind. Immer noch die Mehrheit in unserem bunten Land und dafür haben wir im Hier und Jetzt am 3. Oktober 2022 allen Grund zu feiern. Das ist meine VOX-Stimme zum Tag der Deutschen Einheit. Aber was sind denn eure Gedanken?